Hallo, hallo! Zurück bei Half-Life. Äh, ich weiß jetzt... Ah, ich bin da runtergefallen. Okay, genau. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung... Ach, schreck mich doch nicht so! Okay, da sind diese Viecher. Ähm, oh, es ist so dunkel hier. Brrrr! Urgh! Mein Herz! War ich hier nicht? Ich bin verwirrt. War ich bei dir? Hi! Okay. Pfiuh! Das war knapp. Ähm, klar. Ja, hier war ich doch. Was riecht hier nur so? Alter! Vielleicht hast du gefurzt. Ich weiß nicht. War ich hier schon? Also ich bin... An sich sind wir nur da hochgegangen um... Munition und dergleichen. Alter! Jetzt hör auf den einen... Jetzt greif den halt mal! Mann, hast du den Schuss gesehen? Was ist denn dein Problem? Oh! Mein Herz! Ich glaube, ich muss... Ich muss Licht anmachen. Ich muss, glaube ich, Licht anmachen. Ähm... Ein... Einen kleinen Moment, bitte. Okay. So, ja. Ich fühle mich nicht so... Nicht unbedingt wohl, wenn ich hier... spiele. Und... War ich hier schon? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Das war bloß die Verbindungstür in diesem Falle. Und ich glaube, ich bin hier lang. Nee. Es wird geladen, aber hier war ich auch schon. Sektor D. Hm. Von hier komme ich. Ich bin jetzt irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Wo muss ich denn jetzt gehen? Okay. Also, hier sind immer noch Gegner aufgetaucht. Ich war ja da oben. Muss ich irgendwie da rüber? Ich habe Licht an. Das ist nicht so gut, weil die Taschenlampe, habe ich festgestellt, hat nicht viel Batterie. Kann ich vielleicht die Bretter... Kann ich vielleicht die Bretter... Was hier schon? Kann ich auf jeden Fall nicht öffnen. Ähm... Also, ich habe gesehen, andere Leute haben das Spiel extrem schnell durchgespielt. In drei Stunden. Das ist so ziemlich die Zeit, die ich für fünf Folgen gebraucht habe. Also, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte des Spiels. Was sind denn da denn immer für Geräusche? Hallo? 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 Okay. Das sieht ja auch total aus. Was ist denn mit dem Ding los? Was habt ihr denn? Das ist echt Kaffee. Hm, Kaffee! Wölf! Wölf, ja? Frischbrewed! Oh! Mh... Kaffee! Okay. Ähm... Ein Kühlraum. Ich sehe schon, aber... Was sind denn da immer für Geräusche? Und warum kommt da Wasser raus? Kann mir jemand erklären. Also, ich speichere mal. Ähm... Ja. Die Atmosphäre des Spiels ist nicht besonders im Rand. Oh, toll. Ähm... Was ist denn das? Ähm... Okay. Da oben kann ich durch. Guck mal. Ich höre Gegner. Ja. Doink. Das ist meine Lampe alle. Die muss ich jetzt erstmal wieder laden. Ähm... Juhu... Oh! Okay. Äh... Woah. Die ziehen aber echt viel ab. Und ich spiele auf einfach. Juhu... Wie interessant! Schauen Sie sich das bloß mal an! Ja, ja. Also, der rennt da so fröhlich vor sich hin. Ah. Kann ich hier mal durch, bitte? Wo haben sie hier Fleisch gelagert? Ganz ehrlich, warum? Ich verstehe nicht ganz, warum die hier Fleisch... Wow. Okay. Ja, jetzt ist aber gut. Scheibe. Shit. Okay, da kann ich... Das kann ich verschieben und dann kann ich wahrscheinlich da hoch. Mhm. Hast du Munition? Nein. Das kann ich betätigen. Okay. 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 Ähm. Du hast noch Muni für mich. Ja, ich sollte vielleicht mal anfangen, die Handgranaten einzusetzen, oder? Ja, gut. Was machst du denn? Ich weiß nicht, ob ich das betätigen sollte. Ähm. Äh. Speichern. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Habe ich jetzt hier die Tür zugemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ah, ich habe das hin und her bewegt. Okay. Mhm. Also, das bewegt sich jetzt hier nur her. Ah, das darf natürlich wirklich sehr an Boom. So. Äh. Fasziniert. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Ab und zu klingt, ähm, es ist wirklich eklig. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hallo? Ähm. Jetzt komme ich nicht da hoch. Das ist schön. Ähm. Die Kisten kann ich nicht verwenden. Und da komme ich. Ich sollte ja irgendwie da rüberkommen. Warum komme ich jetzt hier nicht weg? Das ist jetzt echt cool. Ähm. Das Einzige, was ich jetzt noch muss. Ja. Oh. Aha. Da ist wieder... Kapazität für unseren... Für unseren... Dings, ins... Dings... Anzug. Ähm. Das kann ich verschieben. Dich... Ähm. Dich verschiebe ich mal. Moment. Nicht da hin, sondern... Äh. Ja. Wir haben unglaublich viel Kraft. Das ist... Ist schon ein bisschen, äh... Seltsam. Aber gut. Wie geht das? Wie geht das? Oh. Diese Bauklötzchen-Rätsel. Kann ich dich nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Wie komme ich denn jetzt da hin? Das kann ich auch nicht nehmen. Ah. Das muss doch irgendwie gehen, dass ich da reinkomme. Ich wette, dass ich da rein muss. Ich wette, dass ich da reinkomme. Okay. Muss ich die Tür einfach schließen. Und warum? Vielleicht der Mann nicht unbedingt kämpfen will. Ich weiß es noch. Immer ein bisschen komisch, aber... ...dass man da die Tür zumachen kann. Lass mich mal kurz was überprüfen. Also hier... ...komme ich dann da rüber. Weil ich muss da rüber. Das muss... Das muss... Irgendwie... Eigentlich... Ja, so nicht. Geh mir aus dem Weg. Geh. Sonst... Ich hau dich gleich. Das geht nicht gut für dich aus, mein Freund. Ähm... Wirklich. Tür. Geh mal beiseite. Bis zum Weg. Ja. In der Realität wäre dieser Mann jetzt Matsch. Der ist aus Metall. Deswegen konnte er wahrscheinlich auch so lange überleben. Was gibt's da? Das muss doch gehen. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Ja, Leute. Einen kleinen Moment. Ich muss mir das... Ja... Keine Ahnung. Also ich bin richtig... Also... Ah, jetzt endlich. Oh. Keine Ahnung. Ich hab jetzt mal ein bisschen anders gedrückt. So, jetzt muss ich da lang. Genau. Ähm... Lauf doch bitte nicht so weit. Oops. Um... 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 Oh, ich seh ganz viel. Na, das war so klar, ich hab's genau gewusst. Na komm her. 28, kein Quatsch. Oh, das schaut aber nett aus. Warum liegen hier bitte Knochen rum? Okay, ja, das kennen wir ja schon aus anderen Spielen. Okay. Mhm. Hier ist aber nichts. Okay. Da kann ich dann hoch... Oh, die... Da sind Headcrabs. Ähm... Die schlecken die aber auch komplett ab, ne? So. Wenn man sich das hier so anguckt. Okay. Ah, das erinnert mich jetzt aber grad extrem an Portal. Also man sieht, die sind sich da schon sehr treu geblieben. Okay. So, da hab ich aber irgendwie das Gefühl... Ähm... Oh. So. Ja. Okay. Also... Ich muss da weiter. Ja, das hat mir jetzt eigentlich nicht gebracht, dass ich da gekillt hab. Ich muss da hin. Okay. Okay. So nicht. Ja. Mein Freund so nicht. Ähm... Mit Stoischem vorwärts kommt man immer da hin. Ja. Hier speicher ich mal, weil das sieht irgendwie so aus wie... ... Boah. Jungs hat ein wenig geklemmt. Aber ich fühl mich wirklich ganz toll. Oh. Okay. Ähm. Ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem weit, aber mehr davon kann ich bald nicht mehr ab. Oh. Ähm. Ja. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Dann verzieh dich lieber nach oben. Die Aufzüge funktionieren nicht, aber wir können immer noch klettern. Okay, ich werde Deckung geben. Okay, warte mal. Echt jetzt? Ich bin den ganzen doofen Weg da lang gelatscht, weil hier die Tür zu war. Könntest du mal einfach jetzt... Geh weg und ich haschieße dich. Du bist sowieso nutzlos. Geh... Gehst du? Ey, du bist eine Gefahr. Hallo. Hallo. Oh Gott, ey. Ich werde voll Gewalt tätig. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich habe 43 Prozent. Ähm. Okay. Ich nehme mal eine andere Waffe. Immer schön gucken, weil da sind ja auch diese Geschütze. Huh. Ja, ich muss mich unbedingt healen. Okay, hier ist nur eine Tür. Ach. Ja, da passiert jetzt bestimmt was. Macht aber die Tür nicht auf, ne? Ja, ich laufe dann mal weiter. Tralala. Ich habe keine... Hier sind Sicherheitsleute mit Waffen. Ja, wieso? Dieser Typ, da war aber auch immer die ganze Zeit zu sehen, oder? Dieser Anzugträger. Ich glaube, der hat irgendwie noch eine Bewandtnis. Was? Weil den haben wir immer wieder gesehen. Da hat der wohl endlich die Klappe. Ja, das hilft. Ganz bestimmt. Ja, kommst du jetzt mal raus? Na komm her. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber warum stellst du dich genau vor ihn? Du hast eine Fernwaffe. Du hast eine Fernschusswaffe. Was ist das verkehrt mit dir? Oh. Ich habe immer noch eine Lampe angemerke ich gerade. Okay. Ja, der Aufzug ist kaputt, hat er ja gesagt. Bläh, 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 bläh. Bläh, bläh, bläh. Ich will da rein. Ab und zu ist es ein bisschen schwierig. So. Die Tür kann ich nicht abmachen. Mhm. Hier. Wunderbar. So, falls man immer noch nicht diese Waffe gefunden hätte. Ich sollte eigentlich in der Lage... Bin ich voll? Kann ich nur 125 tragen? Scheinbar ja. Nun. Idee macht's sein. Oh. Chips. Für einen kleinen Snack zwischendurch. Okay. Da habe ich jetzt mal... Ja. Ach. Jo. Okay. Ähm. Oh. Da hält sich aber lange. Schauen wir mal zu wie lange. Äh. Äh. Okay. Ich könnte probieren darüber zu springen. Ich glaube, das ist auch die Intention dahinter. Äh. Soll ich das jetzt echt noch probieren in der Aufnahme? Oder dann in der nächsten Folge? Naja, gut. Könntest du bitte weggehen? Es ist ja schön, dass du auf Kuschelkurs gehst. Ja, wieso nicht? Das muss aber irgendwie funktionieren. Moment, Moment, Moment. Ich meine, ich muss ja darüber. Und da sind keine... Das muss doch... Das muss doch funktionieren. Könntest du einfach mal weggehen? Alter. Ich nehme mal das da. Das funktioniert bestimmt so. Der Typ immer, ey. Hau ab. Hau ab. Okay, 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 okay. Ich habe es geschafft. Okay. So. Ja, ich habe nicht wirklich viel Sympathie für diese... Die Leitern sind echt schlimm. Okay. Okay. Ich habe es nicht gesehen. Ist er futsch? Ist er runtergefallen? Oh. Blöde. Ähm. Boah, das dröhnt. Wenn man da die Metallstufen hoch geht. Okay. Oh, ihr wollt echt, dass ich da hoch rüpfe? Hm. Das wollen sie. Wunderbar. Ja. Ähm. Wir haben etwas, das der Professor aber nicht hatte. Wir haben ein... Eine Speicherfunktion. Halt dich fest. Oh. Okay. Gut. Ich bin oben. So, ja. Was denn jetzt? Muss ich da jetzt... Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Wir wollen ja nach oben. Aber hier ist genau gar nichts. Also weiß ich jetzt nicht genau, was ihr von mir wollt. War da irgendwie ein Gang oder so? Angsthaft. Warum? Warum? Frag ich dich. Warum? Ich weiß nicht warum. Ich mach's einfach mal. Ähm. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso. Muss ich in den Fahrstuhl rein? Naja, anders werde ich... Oder war da vielleicht eine Klappe? Ich bin ein wenig jetzt gerade irritiert. Ähm. Jetzt bin ich hier und weiß nicht ganz genau, warum. Vielleicht ist es auch gar nicht gewollt, dass ich da bin. Wartet mal. Scheinbar ist da ein Ausgang. Ähm. Also muss ich ja irgendwie... Aha. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich weiß wie. Gut. Ja, super. Ich ahne, was jetzt kommt. Ich hab's gefunden. Oh mein Gott, okay Achso, das war nun der Titel Ja Und das sehen wir dann in der nächsten Folge Danke fürs Einschalten